Darin, let's play Freigeschaltet, das ist ein Wichser Geh da in dein Erdloch rein Ja, genau Erdloch sagt Ja, sicher Was willst du denn, hast du, Yoshi kannst doch alles fressen Okay, die anscheinend doch nicht Scheiße Wie, ich kann ihn nicht fressen? Äh, Yoshi frisst alles Feuerbälle, Münzen Kann man hier nicht, äh, verquetscht werden oder irgendwie? Ne, ne, nicht bei allen Bei manchen glaube ich nur Ey, wie kommt die Motte hier rein? Ich hab doch hier, äh Leister Ja Moskitoschutznetz und so Ja, der kann nicht glaube ich zerquetschen Nein Nein Kann er nicht Der glaube ich auch Dann sind das Wellensittiche oder Oder Fledermäuse Ja Ach guck mal, den grünen haben wir noch nicht Ja, du schlacht Ja, wusste ich doch Ja, ja Oh, guck mal, der will Baseball spielen Was? Wie, kann ich ihn nicht töten? Nein, da musst du den speziellen Sprung machen Mit der Kreistaste Jetzt ist Yoshi weg Oh Der springt, der kann auch fliegen Tsch, da war doch was da hinten Da Da, jetzt, 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 jetzt nach oben Da, guck mal Äh, geh noch ins Loch Kann er nicht, ey Was? Toll Bauchplatscher Ich schlacht Ich schlacht Warum fliegt er? Warum fliegt er? Du musst springen und du darfst da nicht die Richtung wechseln Musst doch nur da bei dem Gelb am letzten Darunter ist er doch direkt Ja, jetzt, jetzt musst du nur noch treffen Vielleicht reicht es auch, wenn du unter den springst Vielleicht kommt dann dann so eine Pflanze Junge Ich hatte den grad gehabt Hoi Ein Timing Einfach Lack Irgendwann schafft es jeder Aufheben, ne? Ja, jetzt, ja, so Und So, gedrückt hat Lässt er den Schlüssel einfach fallen Ach, guck mal Ah, ja, kannst du da machen, den grünen Ha Oh, der Fisch pennt Wollen wir mal lieber nicht aufwecken Für die Fischkörbe hier Ey, ich dachte, den kann nicht hauen Nicht aufwachen, Fischi Sehr schön, brav Stirb Voll die chillige Musik hier im Wasser Oh Du hast gesagt, der ist laut genug, du kannst halt hören Natürlich Ja, kann ich hier fliegen? Nein Nein Ach, boah, wie fett ich bin, ey Wo ist das schon immer so fett, ey Boah Ich bin Helioballon Nein Ich dachte, der hält länger Aber egal Die sind ganz schön kurz, aber ich hab die irgendwie viel länger in Erinnerung Ja Ja Sieh mit den Zelda-Spielern hast du auch länger in Erinnerung, toll Das ist hier eine Challenge Man muss hier nicht nur den Fischen im Spiel ausweiten, du musst hier auch noch den, äh Scheiße Du musst hier auch noch den, scheiße Den komischen Mottenvieh bei uns im Zimmer ausweichen, kommt noch dazu Ja toll, ich hab gegenseit zu dir hier eine Sehbehinderung Du musst den Kopf einfach strecken Ja, ja Ohne Ohne Ja, da kannst du auch sterben Ja Theoretisch Nein Ja, weil du auch nicht Du musst hinterher rennen, ja Du Du Ich hab mir nicht so an, ey Das ist eine Schildkröte Kann man da unten ins Loch springen, ist das ein Geheimgang? Oh, ey, was war das denn, ey Ich glaub, das war nicht gekonnt Ja, sicher war der gekonnt Ja, sicher war der gekonnt War alles inszeniert mal Am Arsch Boah Fliegendes Hängebauchschwein Guck mal, grün, passt dazu, Luigi Diese Scheiß-Motte, ne Siehste, ohne mich hat's gar nicht geschafft, ey Ja 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 Voll am rumkotzen Continue So, Geister-Level-Schloss mach ich noch nicht Ich mach das dann nochmal Hallo Oh, guck mal, danach kann man auch zu diesem Ja, ja, kommst glaub ich Ja, irgendwie so Hör auf zu pennen da Wird nicht gepennt im Dienst Da Schon wieder fast erwischt wie gerade Ja, hast du mal Glück gehabt, Fischi Ja, hast du mal Glück gehabt, Fischi Ja, da musst du dich anstrengen Vielleicht Vielleicht, vielleicht kann der andere den auch, vielleicht kann der andere den auch wiederbeleben oder so Wie soll das denn gehen Keine Ahnung Wie soll das denn gehen? Nimm mal für den Geheimen Ach Ich will ein Level sehen, komplett So wollte ich die Blume Na, da ist ein Penner Ich frage mich mal, wie ich da reinkomme Ja Bestimmt Ach ja Bestimmt hier mit Ne Da kannst du einen Schlüssel holen Ja, den hab ich ja schon Ah, jetzt fängt ich auch noch die Hand an zu jucken, ey Mücken schon drin hier oder alles, ey Boah, ist das schlecht Hallo Ja Ja Und Warum soll ich das auch zweimal machen? Länger am Arsch Genau Irgendwo Bei einem Level Ich weiß, ob das bei diesem Spiel war Da war doch ganz oben auch ein Geheimgang Ha Oder? Ganz oben? Einen Geisterlevel Glaub ich Da muss man irgendwie hochfliegen oder so Ich weiß es nicht mehr Jetzt wahrscheinlich wird nach oben verbunden Ja, toll Abkürzung, toll Wollen wir ja gar nicht das machen machen Doch Wir wollen hier 100% machen Ich will aber Yoshi haben Habe ich jetzt nicht Ne, ist doch scheiß egal Ja, den kannst du nicht hören Hätte ich mal einen Hirsch hier, ey Ja, der könnte ihn fressen Ja, der könnte ihn fressen Yoshi's Island ist viel geiler, ey Da kackt er zumindest noch die Gegner aus Gelt den nur überhaupt zu zweit Hm, Yoshi's Island? Ja Weiß ich nicht, muss ich mal gucken Ich glaube nicht Ich glaube nicht Ja Alter Bist du, bist du vom Beruf Dreher oder was? Ja Alter, das ist die Schisstechnik So kann mir keiner wähltun Außer die Flederbäuse Von Wellen sind dich getroffen, ey Ich dachte, hier kann ich wegklatschen Ja Aber nicht, wenn sie von oben kommen Haha Aber wo war das hier? Ich glaube, ihr war das hier Da warst du doch schon Das ist mir doch egal Ich nehme mal an Ey, Football Toll Ja, siehste Was für eine langweilende Boah, ist hier schlecht Was ist eigentlich, wenn du da um die 100 voll hast? Kriegst du dann ein Leben oder so? Stimmt Ich werde es jetzt gleich rausfinden Denn ich muss wieder die harte Arbeit machen Und irgendeinen Boss oder so killen Ist ja jetzt gleich Ah ja, komm Du machst den Boss da oben Und ich glaube, in dem Level da oben Da ist ein Geheimgang, meine ich Und ich mach den hier Ich will aber kein Geisterlevel machen Wieso, hast du Schiss? Ja Oh, ich krieg Albträume Ja, die sind schwer Ah, da kann man auch irgendwie, ne? Guck mal, der rutscht da automatisch runter Was ist das denn? Da haben die irgendwie Gillette-Gel aufgetragen Deswegen hab ich keinen Bock darauf Toll, ist also schwer Ja, ist schwer Ja, ist schwer Oh mein Gott, die gucken so böse Guck mal, der guckt ganz verrückt Und zeigt mir seine Zunge Doppel Da, ich dachte, die kann man ansprechen Boah, ey Warum hat der eigentlich mehr den Weg? Tja Jetzt haben wir gleich Leben Wie? Da ist ein... Ja, da ist... Da kann man irgendwo hochfliegen Haben wir doch nicht Ja, sicher Wesen sein Eigentlich Oh mein Gott Geist Ne, Geist gibt's glaube ich nicht als Endgegner hier Weil die Geister kann man ja hier gar nicht wehtun Hallo, wie komm ich denn da durch? Ja, sicher Da ist doch was Ach guck mal da oben Ja, wer weg die Kacke Ja, weiß ich nicht Keine Ahnung Irgendwas kann man da machen Aber ich weiß nicht wie Ist egal Muss man vielleicht fliegen können oder so Oder Wenn ich jetzt hier durch so ne Tür gehe Dann komme ich da vielleicht wieder raus Müssen angucken Ja, ja Ja, guck mal der ist so weit weg Wieso hab ich erst vier Da ist doch ne Tür Da ist ne Tür Ja, das seh ich Ja, doch Hey, hau ab Komm, voll die Lippenstifte, ey Ja, da ist bestimmt ne Falle Deshalb Könnt ihr da rein, Mann Oh mein Gott Darin reicht So Jetzt habe ich schon Was weiß ich 50 52 Punkte Ja Ich hab das Geister Level geschafft Ha Speichern Ja, mal gucken ob du das genauso gut nachmachen kannst Warum Was, warum Warum konnte ich nicht fliegen Warum konnte ich nicht fliegen Hör geflogen Ne, aber so dass ich auch in der Luft bleibe Ja, keine Ahnung Guck mal, jetzt kommt die Geister, wollte ich alle küssen Luigi Ah Ja, da muss ich das Level eben gleich nochmal machen mit fliegen, damit ich den Geheimgang finde Ja, da kannst du so drehen machen, da kannst du runter, aber bei willst du denn da ist ja nix Ich schwere, ne, jetzt geht's mal scheiß mal alles hin Hä Hä Junge, du, du sollst da Oh Jetzt hast du die Geister am Arsch Ah Jungs, jetzt komm Guck mal, das sind alles Das sind Weiber, drei Stück Die stehen voll auf dich Die stehen auf dein Schnurrbärtchen Zurück Was? Was, warum ist da gerutscht? Ich hab doch gesagt, die, 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 die Stufen sind schlitterig Ha Oh, Bowser Geil Das ist das letzte Level Also, nicht wo ich jetzt bin, aber Toll Mann Ey, hier ist voll, hier ist voll Eis Bin ich voll am rumschlittern Ach ja Oh Ja, klar, der kriegt zweite... Das ist eine Verarsche, ne Das haben die bestimmt extra gemacht Hol dir mal fliegen erstmal Holen fliegen macht das Level für dich Alles einfacher, die Hülle, oder? Die Hülle, es dauert zu lange Da musst du noch warten, bis die Kamera sich mit bewegt Du siehst doch alles! Was willst du denn? Das ist ein dünner Schlauch Achso, ich hab schon eine Fähne Da, jetzt schnell ein Level verlassen Also nicht mit, nicht mit Start, muss ich ja beenden Oder? Was ist das denn für ein Cheater Trick? Ah 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 Ja, solche Tricks müssen wir gar nicht anwenden, hier Also ich nicht Ich mach das gleich anders Wenn ich fast tot sein sollte, dann war ich ein paar Level oft Oh, ich weiß, da krieg ich ja Oh, ich glaub ich hätte warten sollen, bis das Ding zu Ende gegangen ist Ha Diesmal Wie war mach ich denn hier? Mich am trödeln? Toll Toll Du bist am schlillern Da Da Ja Das ist so langweil Da Da Ey, der ist voll rutschig Oh Mann, ey Ich weiß nicht, ob der Geheimgang direkt am Anfang oder am Ende ist Irgendwo Ah, direkt am Anfang Ey, das kann doch nicht wahr sein Ja, da Da kommt doch eine Feder runter Du musst dich nur dumm bücken Die Geister kommen doch nicht bis zum Boden Kann sie auch aufstellen Nein, die Geister kommen nicht unten Neu Ey, zumindest nicht, wenn sie direkt über dir sind Ich glaub das Level verlassen geht nur, wenn man das schon geschafft hat Alter Tja Das würde ja jeder machen da in Underwand Oh, ich bin nicht mehr groß verlassen Hallo, du hast sieben Leben Ja und? Sieben sind sieben Ja Und zwei sind zwei Du hast sieben Ja, ich bin nicht mehr Du hast sieben Ja, ich bin nicht mehr Du hast sieben 31 Tja, jetzt hat ganze nochmal, aber diesmal eine andere Tür nehmen So Vielleicht Da unten war ich Na, jetzt nimmt er die gleiche Hä? Was ist das für ein dummes Spiel? Ich weiß, was du machen musst, glaube ich Der geht gleich wieder kaputt Schon mal gedacht, ob der Fall eine Verarsche ist? Was? Was soll ich denn hin? Ja Ja Ja, jetzt ist die Zeit um Hä? 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 5.000 Luigi Du hast den Geheimgang nicht gefunden Ich bin enttäuscht Oh, oh, wie warten wir mal? Ach ja, die Geister, die kommen schon nicht unten Kommen sie auch nicht, wenn du über dem Unternehmen bist Ja, 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 ich habe mich nur gebückt auch mal drauf Halt die Klappe Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017